Yo Leute, was geht? Flakes hier. Viele haben mir gestern in die Kommentare geschrieben, dass ich Zeno vielleicht wieder glücklich machen könnte, wenn ich ihr Skins aus dem Itemshop schenke. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee, nur werde ich das Ganze mit einer Challenge kombinieren. Pro Kill, den Zeno gleich in der Runde macht, wird sie einen Skin von mir geschenkt bekommen. Wenn ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert mal, was für Challenges ich noch mit Zeno machen könnte. Ich werde Zeno jetzt einfach mal einladen und mal schauen, was sie davon hält. Und tragt auf ihre Minecrafter Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Zeno, es tut mir nochmal leid wegen gestern. Ja, alles gut, Flexi-Boy. Hättest du Bock auf eine Challenge? Oh mein Gott, ja klar, natürlich. Pro Kill in der nächsten Runde wirst du dir einen Skin aus dem Itemshop aussuchen können. Oh mein Gott, wirklich? Und lass dann direkt anfangen, bitte. Ich bin so aufgeregt, oh mein Gott, period. Okay, let's go. Okay, Zeno, wo willst du landen? Ähm, Lazy Lake, Flexi-Boy, bitte. Okay, dann lass Lazy Lake. Du willst direkt bei der Anfangsstadt landen, oder was? Ja, klar, ich werde jeden rasieren, Mann. Du wirst jeden rasieren? Natürlich, ich werde jeden Hubs nehmen, period. Die Zeno kommt. Kann es sein, dass du mich hier arm machen willst und so viele Kills wie möglich machen willst? Das habe ich nicht nötig, aber... Oha, wo willst du denn landen? Welches Haus? Komm, wir landen zusammen. Ähm, Mitte. Okay, Mitte. Okay, doch, ich habe hier eine Pump. Ich habe eine Pump, okay. Oh mein. Ein Gegner ist bei mir. Okay, ich habe ein Stummgewehr. Boah, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Oh, ich habe auch eine Pump. Sogar eine graue Pump. Okay, perfekt. Perfekt, guter Start auf jeden Fall. Komm, jetzt müssen wir direkt hier Gegner holen, beziehungsweise du eigentlich. Warte, hier, Mini. Günder, du kannst sogar zwei nehmen, hier. Oh mein. Oh mein, ich... Seh, ich komme. Wo bist du? Komm, hier. Ich bin hier unten. Hier, neben Minis. Komm zu mir. Komm zu mir. Ach, da vorne, da vorne, da vorne. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja, 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 alles gut. Okay. Okay, wir müssen die Gegner jetzt hops nehmen. Hier sind irgendwo Gegner, okay? Okay, okay. Die sind irgendwo oben. Komm, lass nach oben. Oh mein Gott, die sind hier irgendwo. Hier oben, hier oben. Oh, die sind da oben. It's white, it's white. Oh mein Gott. Du hast ein HP. Okay, heil ich. Der ist richtig One-Shot, One-Shot. Der weißes Gen ist One-Shot. Wo ist der denn? In der Mitte, in der Mitte irgendwo. Okay, warte. Er ist One-Shot. Warte. Er ist bei mir. Buh. Hab ihn. Echt? Ey, Mann, das ist mein Kielb gestaubt. Ey, was für Acht gestaubt. Beruhig dich mal, hier ist eine Kiste, komm. Das ist unfair, Mann. Das zählt nicht. Jetzt beruhig dich mal, du kannst doch genügend Kills machen. Komm, ich hab die Bandagen für dich. Hier, dich mal. Du musst dich konzentrieren. Period. Du Kacke. Warte. Ein für dich, ein für mich. Ein für dich, ein für mich. Ein für dich, ein für mich. Ich hab doch schon genug. Jetzt beruhig dich mal, ich bin doch schon full jetzt. Komm, da fighten so viele. Komm. Wo? Rechts? Wo war rechts? Ah, hier. Zenosh, dein Ernst jetzt? Komm, konzentrier dich jetzt. Pro K... Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat einen Hit. Wählen. Let's go. Du bekommst hier dieses pinke Geschenk und Geschenk versenden. Oh mein Gott, danke schön. Okay. Oh mein Gott. Rüste ihn aus und dann gehen wir direkt in die nächste Runde. Okay, okay, danke schön. Flexiboy. Der Skin steht dir irgendwie, muss ich sagen. Ja, mit meinen Augen ringen. Okay, Zenosh, wo willst du jetzt hin? Am Ritterer, period. Okay, let's go. Oh mein Gott, ich hab eine Waffe, period. Okay, gut, Zenosh. Voll jetzt Gegner. Hier, bei mir sind ganz viele Gegner. Hier, pickaxe ihn. Ich pickaxe ihn. Komm, das kriegst du hin. Komm. Hab ihn, hab ihn. Du standst vor mir, Mann. Ja, jetzt beruhig dich. Komm. Oh mein Gott, okay, komm jetzt heilen mich, bitte. Warte, warte. Renn. Ich schaff das, ich schaff das. Nein. Geh rein. Ja, 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 ja. Rechts. Warte, ich muss nachladen. Du siehst da heute echt fresh aus. Zenosh, hör auf jetzt Komplimente zu machen. Ich muss dich hier zielen, okay? Oh, deine Haare. Hast du eine neue Frisur? Zenosh, es war so knapp. Ich hab zwei Gegner geholt. Zenosh, beruhig dich jetzt. Komm jetzt. Ich hiel mich jetzt. Gönn dir hier diese Obstkiste da vor mir. Ich hab Mais. Schmeckt das? Ja, das schmeckt. Hier ist ein Gegner unter uns. Mein Gott. Ich hab kein Moody. Okay, Zenosh, komm in die nächste Runde. Okay. Oh, du hast eine Kiste direkt. Perfekt, okay. Aber pass auf, die da unten haben einen Bogen. Warte. Okay. Ich pick Exit hier. Der ist ein Kill. Gönn ihn dir, gönn ihn dir. Der ist white, der ist white bei mir. Der ist white. Gönn ihn dir. Wo ist der? Hier bei mir, genau. Auf mir, auf mir. Hier, gönn ihn dir. Er ist white. Oh, perfekt. Perfekt, guck mal. Ein Kill für dich, okay? Perfekt. Das fängt schon mal gut an. Okay, okay. Okay. Oh, da sind welche. Warte mal kurz. Er ist low, er ist low, er ist low. Ich muss runter. Pick Ex. Oh mein Gott. Oh, nice, nice. Hiel dich, hiel dich mit diesen Dingern. Okay, wie viele Kills hast du jetzt schon? Ich hab zwei. Okay, komm, lass nach da hinten. Ich hab halt keine Waffe, aber egal. Du musst hier die Kills machen. Komm her. Okay, ich muss mir jetzt irgendeinen... Ich? Oh mein Gott, da unten ist ein Gegner. Warte, den kriegst du. Komm. Ich hab kein Muni. Da hier. Ich hab Pick Exen. Komm, komm, komm. Ich hab Pick Exen. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, egal, egal, egal. Egal, okay, komm. Wir gehen jetzt aber hier looten. Wir müssen unbedingt looten. Komm, komm, komm. Okay, okay, okay. Wir müssen uns gut ausrüsten diesmal, okay? Mhm. Hier ist auch noch eine Truhe. Oh, ich hab so einen geilen Loot. Oh, perfekt. Das hört sich gut an. Warte mal, wo ist diese Truhe? Hier ist gar kein Gegner. Ja, egal. Gleich werden wir Gegner finden, okay? Das wird eine gute Runde. Ja, ich fühle es. Perfekt. Was ist hier drin? Oh, eine Ska. Oh mein Gott. Ich hab eine geile Waffe gefunden. Nimm du die Ska. Nimm du die Ska. Komm, die Ska kriegst du. Echt jetzt? Oh mein Gott, Ehrenmann. Alles für dich. Komm, nimm die Ska. Da vorne ist Gegner. Wo, wo, wo? Ah, da unten. Den kriegst du. Den kriegst du. Komm. Ich hab drei Kills. Oh, ich glaub, ich hätt ihn dir abstauben sollen. Echt jetzt? Drei Kills? Das sind drei Skins. Ähm, das ist gar nicht gut, glaub ich. Wieso? Ja, aber warum mach ich so eine Challenge, Leute? Warum mach ich so eine Challenge? Zenoch, hier ist ein Boot irgendwo. Komm. Wo? Hier, komm. Oh mein Mann, okay, Kim. Das sind vielleicht nochmal zwei Kills und zwei Skins für dich. Okay, Kim. Irgendwo hier hab ich ein Boot gehört. Warte. Ein Periat. Hier ist das Boot auf jeden Fall. Ja, ja, aber da sind keine Gegner mehr drin. Die sind jetzt bestimmt hier irgendwo im Haus. Echt jetzt? Ja, ja, safe. Wo bist du? Ich bin noch bei dir. Keine Angst, ich beschütz dich. Okay. Hä, wo sind die denn? Oder die verstecken sich. Hielen die sich da drin? Schieß mal da rein. Der hat rebooted, rebooted. Der hat rebooted. Beim Bus, beim Bus. Komm, geh zum Bus. Der hat den rebooted. Das heißt, einer ist low. Einer ist low bestimmt. Echt jetzt? Die sind hier bei mir, bei mir, bei mir. Geh einfach zu mir. Warte. Hier unten, hier unten, komm. Wo bist du? Er hat hier... Oh, ich hab einen hinter dir. Buh. Hey, du bist unfair, Mann. Äh, ja, tut mir leid. Äh, wie viele Kills hast du? Warte mal. Was denn? Hast du jetzt die zwei geholt? Ja, die hab ich geholt. Ich hab jetzt drei Kills. Okay, dann hab ich auch drei. Okay, perfekt. Komm, hier, nimm mal den Mini. Mann, das ist abgestaubt, Mann. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht gibt's nachher eine kleine Überraschung für dich, okay? Wirklich? Ja, okay, komm. Wir gehen jetzt direkt die nächsten Gegner pushen. Komm, lass in die Zone. Okay. Oh, du machst mich noch pleite. Das sind schon vier Skins. Oh mein Gott. Alle von den Gegner. Sicher? Wo? Nee, nee, das wurde schon gebaut, oder? Hm, dann mal das hast du da hin. Ja, lass da hin. Auf jeden Fall, wir müssen in die Zone, komm. Nee, hier sind keine Gegner. Okay, egal. Dann lass zu dem nächsten Spot gehen, komm. Hier ist aber noch irgendwas drin, eine Kiste oder so. Ich hör hier irgendwas. Ja, hier ist eine Truhe. Okay, und noch irgendwas. Oh, was ist das? Was denn? Hä? Ich kann nicht mit dir spielen. Ich kann nicht mit dir spielen. Okay, dann nehm ich die. Holy moly, das wird ja vielleicht der epische. Hier sind Gegner, hier sind Gegner irgendwo. Hier schießt irgendjemand mit dem Bogen auf uns. Der da hinten, da hinten. Komm, komm, komm. Lass nach da hinten, komm. Ah, da vorne. Wir schaffen das, okay? Wir sind ein gutes Team. Oh Mann, ich muss jetzt euch holen. Ja, du musst die auf jeden Fall holen. Schieß. Einer ist da rechts, ziehst du den ausgehen? Schieß, schieß, schieß. Ja, ja, ich werde die ganze Zeit schießen. Rechts hinter dir, hinter dir. Ja, den kriegst du, den kriegst du. Hä, was hat er denn ge... Wo bist du? Ich bin hier im Busch, ich bin low, ich muss mich kurz zielen. Hab einen. Ich hab einen. Hast du einen? Ja, ich hab einen Kill. Hab einen. Oh mein Gott. Finish. Ich hab noch einen. Ich hab auch einen. Er ist richtig low, er ist richtig low. Wo ist der? Oh mein Gott, ich hab... Ich hab fünf Kills. Oh nee, er hat dich gefinisht. Fünf Kills? Ja. Oha, ich hab fünf Kills. Baby, jetzt kriegst du mal, komm, schaffst du. Hab ihn. Hinten, hinten. Oh, schade. Egal, lass zurück in die Lobby, okay? Okay. Okay, Zenos, du hast jetzt in der Runde fünf Kills gemacht. Aber ich kann dir leider nur fünf Sachen insgesamt schenken. Das heißt, ein Skin hast du schon bekommen. Vier Sachen darfst du dir jetzt aussuchen, okay? Und den anderen bekommst du morgen, okay? Oh mein Gott, wirklich? Ja, okay. Such dir was aus, was willst du? Ich will den Isabella-Skin haben. Isabella. Okay, den bekommst du natürlich. Wird abgeschickt. Hier natürlich mit dem pinken Geschenk. Okay, was willst du noch? Oh mein Gott, dankeschön. Ich hab einfach den Isabella-Skin. Okay, deine Vorschlaghammer. Den Vorschlaghammer willst du noch? Ah, okay, den hier. Den bekommst du natürlich auch direkt. Hier, zack, zack. Oh mein Gott, du bist der Beste, Mann. Okay, was willst du noch? Ich will die Spitzacke von Isabella haben. Die ist so geil. Okay, dann bekommst du die natürlich auch. Und Leute, supportet mich mit dem Creator-Code Flakes, damit ich solche Challenges öfters machen kann, Leute. Hier, den bekommst du natürlich auch. Hier. So, du kannst jetzt noch ein Geschenk aussuchen, weil ich kann dir ja nur fünf Stück schenken am Tag. Oh mein Gott, okay. Dann kannst du mir den Sarah Connor-Skin schenken. Ich find den übel nice. Sarah Connor. Oh mein Gott, 1800 V-Bucks. Ja, okay. Weil du es bist. Okay, let's go. Und morgen darfst du dir dann noch ein Skin aussuchen, okay? Oh mein Gott, wirklich? Dankeschön. Period. Du bist der beste, Plexi. Kein Problem. Okay, Zenosh. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, okay? Mhm. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.